Hi zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Shein Trail & Haul von mir. Ich freue mich so sehr auf diesen Haul. Wir haben wieder etwas weniger Teile. Es ist ein übersichtlicher Haul. Wir haben tolle Teile dabei. Und ich werde euch meinen Rabattcode wie immer einmal hier reinschreiben. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einmal alle Links zu den Sachen, den Suchcode, den Rabattcode. Ihr findet wirklich alles. Und dann würde ich sagen, starten wir einmal mit einem wundervollen Haul. Und ich würde sagen, let's go! Das erste Teil, was ich mir ausgesucht habe, ist einmal dieser wunderschöne Blazer. Der muss natürlich gebügelt bzw. gesteamed werden, damit er anständig aussieht. Ich finde ihn sehr, 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 sehr hübsch, weil es ist mal was komplett anderes. Der gibt mir so ein paar 60er Jahre Vibes. Ich finde ihn super, super toll. Dann noch so goldenen Schmuck dazu, so größere Ohrringe, Haare so ein bisschen zugemacht, Pony gefühlt. Wunderschön, gefällt mir richtig, richtig gut. Und das war es auch schon mit dem ersten Teil. Dann kommen wir mit Abstand zu meinem absoluten Lieblingsteil aus diesem Haul. Und zwar ist das dieser Cropped Blazer. Und Leute, von vorne, er sieht so ganz normal aus. Und man denkt sich so, ja, nice. Aber von hinten, der ganze Rücken ist offen. Ich habe das Schild noch nicht abgeschnitten. Und ich mag dieses Detail mit dem Missguided-Symbol da drauf. Es ist so ein wunderschöner, cropped-sitzender Blazer. Es gefällt mir wirklich übertrieben gut. Die Qualität ist der Wahnsinn. Und ich muss sagen, Leute, die Qualität der Blazer bei Shein mittlerweile ist Chefskiss. Deswegen werdet ihr jetzt auch noch ein paar mehr Blazer sehen. Ich finde einfach Blazer für die Übergangszeit wunderschön. Egal ob zum Beispiel so ein Cropped Blazer, einfach mit einem normalen BH drunter und so ein bisschen Oversize-sitzenden Jeans. Oder halt das über so ein Oberteil auch mega, mega schön. Es sieht super elegant aus, super stylisch. Und ihr seid direkt ready to go und habt ein Outfit. Leute, auch eines meiner Favorite Pieces ist dieser Wollblazer. Der ist so schön. Der ist aus so einem richtig schönem Material gemacht. Super, super weich und angenehm auf der Haut. Er sitzt absolut bombastisch. Der muss natürlich auch gesteamt werden, damit er anständig aussieht. Aber er ist so toll. Das ist genau so ein Wollblazer, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich hatte mir mal einen von, ich weiß nicht, irgendwo bei Zalando bestellt. Der war auch schön. Aber der saß nicht so, wie ich es wollte. Und er sitzt genauso, wie ich es wollte. So ein bisschen Oversize, bisschen länger. Aber wirklich wunderschönes Pieces. Gefällt mir richtig gut. Könntet ihr auch mit so einem Rock drunter als so ein Blazerkleid tragen. Mit so einem Gürtel drum. Finde ich auch sehr schön für die Übergangszeit jetzt. Gefällt mir wirklich übertrieben gut. Ich muss sagen, das ist der erste Blazer, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, ob der mir so gefällt. Ich finde den eigentlich wirklich perfekt vom Sitz her. Gefällt mir richtig gut. Ärmellänge ist super. Der sitzt toll. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch der Farbton, der mir auf meiner Haut nicht so gut gefällt. Weil ich glaube, ich würde den tatsächlich ein bisschen anders machen, indem ich die Knopfleiste ein Stückchen nach hier versetze. Dass das so ein bisschen so aussieht und mir noch weitere Knöpfe bestellen, die ich hierhin mache. Dass das wie so ein Double Breasted Blazer wäre. Ich glaube, dann würde der mir besser gefallen vom Fit her. Aber ich finde den Blazer wirklich von der Qualität her bombastisch. Dann Leute, ich liebe diese Cardigan. Gibt mir so ein bisschen 10, 12 Jahre vibes. Aber ich finde die so cute, weil ihr wisst, ich mag so außergewöhnlichere Cardigans, die so ein bisschen bunter gestaltet sind. Ich finde die perfekt vom Fit her. Ich habe die in der größten Größe genommen. Ich meine, das war XL Größe 44. Weil ich wollte, dass die so ein bisschen länger hier sitzt. Weil ich würde das wahrscheinlich dann ohne irgendwas tragen. Finde ich wunder, wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Und dazu halt einfach eine Jeans. Ihr braucht nicht mal ein Oberteil drunter, sondern dass das einfach wirklich so cropped sitzt. Sehr, sehr tolles Piece. Aber denkt hierbei dran, dass ihr es wirklich eine Größe größer bestellt, damit es anständig sitzt. Ihr könnt übrigens auch hier den Kragen so ein bisschen nach oben fallen tragen. Finde ich auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ich mag die Cardigan einfach sehr. Vor allen Dingen von der Ärmellänge, Leute. Wir wissen, wir kennen mich mittlerweile. Ärmellänge ist bei mir einfach alles. Das nächste Piece hat mich wirklich umgehauen. Und zwar ist es dieser Blazer. Ihr habt hier einmal diese wunderschönen goldene Knöpfe, die nicht zu dieses Gelb-Gold sind, sondern wirklich sehr, sehr elegant. Ich habe, das ist das erste Teil, was ich mal nicht in der größten Größe genommen habe. Ich habe es in Größe S genommen, damit es so sitzt, wie es sitzt. Und das seht ihr auf der Webseite mit so einem Rock getragen. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das hier mit dem Rock. Dann so ganz normalen Stiefeln. Unnormal schönes Piece. Also wirklich wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Und die Verarbeitung ist einfach der Wahnsinn, Leute. Was soll ich euch sagen? Die Blazer sind einfach der absolute Hammer. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, das würde besser sitzen, als wie es sitzt. Weil irgendwie finde ich, es sitzt an mir komplett angezogen. Einfach wie ein Sack. Es gefällt mir wirklich überhaupt nicht vom Fit her an mir. Aber den hier kann man noch so ein bisschen talierter machen. Und ich glaube, dann sieht das Ganze wirklich richtig nice aus. Die Hose, muss ich sagen, ist eigentlich fast perfekt von der Länge her. Könnte noch ein Stück länger sein. Ich mache mir allerdings unten an den Hosen immer den Saum so ein bisschen auf. Dann habt ihr noch ungefähr so ein Stück mehr an Hose. Und das ist für mich wirklich perfekt. Das würde ich auch definitiv mit Sneakern tragen, dass es so ein bisschen lästiger und legerer ist. Aber den Blazer würde ich mir auf jeden Fall taliert schneidern lassen, damit es perfekt, perfekt sitzt. Okay, also hier muss man auf jeden Fall etwas drunter ziehen, weil es ist komplett durchsichtig. Ihr seht auch meine Hose durch. Ich habe die nämlich jetzt einfach mal angelassen. Aber das Kleid an sich, Leute, hat wirklich legit die perfekte Länge. Es sieht wunderschön aus. Ich mag den Gelbton. Er könnte sogar noch ein bisschen kräftiger sein. Das Einzige, was halt echt blöd ist, dass es durchsichtig ist. Aber das Gute ist, ich habe halt wirklich super viele Unterziehkleider und Röcke, die ich da drunter ziehen könnte, damit man nichts durchsieht. Und das ist dann doch wieder perfekt. Und ich finde, das hier hätte einfach Gold sein müssen. Und ich glaube, das werde ich mir auch Gold anmalen. Und zu guter Letzt haben wir einmal dieses wunderschöne Kleid. Leute, irritiert euch bitte nicht. Ich habe meine Hose noch drunter gelassen. Es ist so kalt geworden einfach. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich finde das Kleid so schön. Das hätte auch definitiv einen Ticken länger sein können. Ihr seht, das schließt nicht ganz mit dem Boden ab. Aber es ist wirklich wunderschön. Ich mag den Farbturm. Es ist toll geschnitten. Ich mag diese Details mit der Spitze hier. Es gefällt mir wirklich übertrieben, übertrieben gut. So, und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch schon zum Ende dieses Hauls. Ich werde euch hier wie immer meinen Rabattcode wieder reinsetzen. Ich hoffe, die Teile haben euch gefallen. Ich habe so ein bisschen was Sommerliches, Herbstliches, Frühlingshafte. Ich habe einfach alles mit in diesem Haul gehabt. Aber die Teile gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Shein macht sich wirklich extrem von der Qualität her. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Teilen. Und ja, ich würde sagen, ich verlinke euch alles unten in die Videobeschreibung. Ich würde sagen, viel Spaß beim Stöbern, viel Spaß beim Shoppen. Mein Code findet ihr hier auch nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao, ciao.